ES-TV Videos aus der Region Volleyball und Basketball, zwei Sportarten, die man nicht kombinieren kann? Falsch gedacht. Denn die Harlem Globetrotters und das Damenvolleyballteam Allianz MTV Stuttgart zeigen, dass nichts unmöglich ist. Wie das aussieht, wenn zwei Profimannschaften sich in der jeweiligen anderen Sportart ausprobieren und ihr Bestes geben, das schauen wir uns jetzt an. Flipp und Marley Neben mir sitzen Flip und Marley. Marley ist Volleyballspielerin und Flip ist von den Harlem Globetrotters. Flip, es scheint, dass du viel Spaß hast. War es das erste Mal, dass du Volleyballspieler spielst? Nein, ich habe es in der Hochschule, aber ich mag es, wenn ich auf der Glocke auf der Glocke spiele. Ich mag Spiken, das ist mein Favorit. Ich mag es. Es ist ziemlich Spaß. Ich habe ein schönes Schwein, ich bin warm und ich fühle mich gut. Du schweißt, dass du das Schwein? Ja, ich mag es. Was ist dein nächster Favorit? Es ist immer mein Lieblingsspieler, Basketball und Volleyball. Du hast es viel Spaß gemacht. Ich habe viele Sportarten spielst. Ich habe die Träume, ein bisschen Fußball, ein bisschen Baseball. Aber Basketball ist definitiv mein Lieblingsspieler. Und was für dich? Du spielst du Basketball für die erste Mal? Nein, ich habe als Kind gespielt. Alle in meiner Familie spielten Basketball von 5 bis 13. Aber dann habe ich Volleyball in 13 und ich fiel in love mit Volleyball. Also habe ich mit dem. Du bist so eine große Frau und kannst du mit den Haarlem Globetrotters joinen. Würde es für dich ein Favorit? Oh ja, ich denke, vielleicht in der nächsten Saison. Sie würden mich gerne haben. Ja, ich habe viele Skills gezeigt. Was ist das Beste daran, dass du ein Haarlem Globetrotter bist? Oh, mein Favorit ist die Kinder. Sie sehen ein Schmerzen auf die Kinder. Als die Musik vor dem Spiel, die Musik aufzunehmen, die Lichter fängt. Als wir rauskommen, die Lichter kommen auf und du siehst all die Schmerzen auf die Millionen und Millionen der Kinder. Und auch die Eltern, weil manchmal die Eltern haben mehr Spaß als die Kinder. Ich liebe einfach, die Schmerzen aufzunehmen. Das ist mein Favorit. Mein Schmerzen ist auch aufzunehmen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück für dein nächstes Platz. Und auch für dich, weil du im März bist. Ja, wir werden hier im März auf dem Porsche Ring, glaube ich. Also wir werden hier im März sein. Und es wird Spaß machen. Bringt eure Familie, alle. Ihr werdet ein tolles Show. Es ist der Fanpower World Tour. Bringt alle. Kommt und Spaß. Ja, wir sind gespannt. Das war es auch schon von uns heute. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.